Hallo liebe Racing-Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video Need for Speed Payback mit dem stillgelegten Auto für die nächste Woche. Und da haben wir ein Lissanfair Lady. Mal schauen, ob das klappt. Ach ja, das Auto findet ihr übrigens hier relativ weit links. Da habt ihr hier unten dann in dem Bereich noch eure Garage, falls ihr die habt. Ansonsten ist ja auch noch eine Tankstelle, könnt ihr aber schnell reisen, dann müsst ihr hier diesen Weg nach oben fahren. Und dann seid ihr auch schon da. So, damit wir das auch noch haben. Und dann machen wir mal los. Mal gucken, ob es klappt. Das ist ja ein ziemlich weiter Weg. Junge, Junge, das war verdammt knapp. Also wie ich mit dem Ding bis nach Hause kommen soll, ist mir echt ein Rätsel. Also wenn das ein paar Mal passiert, erwischen die mich ja gleich. Junge, 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 Junge. Okay, verstanden, Linke, drei. Na, genau. Okay, dann mal schon selber. Was ist das Gescheitste? Ah, die Lenkung, ja. Und dann kommt das Auto nicht immer aus den Potten her. Junge, 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 Junge. Äh, tot? Boah, ich weiß nicht, wie lange das Auto das noch mitmachen kann. Was ist das Nächste? Ist ja schon ziemlich ramboniert. Können wir hier irgendwie abkürzen? Na ja, ich glaube, die Straße ist echt schnell zu weg. Boah, dieser Tunnel hier ist nicht gut. Muss ja los. Ist irgendwie hier los. Oh Mann, ey. Hier ist was los. Ich sag's euch. Alter, du kannst nichts wegkrammen. Alter, hier ist was los. Was? Kommt überhaupt nicht mehr vom Fleck, ey. Er zieht euch. Oh, daneben. 4 Kilometer, ey. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. 2 Kilometer. 2 Kilometer. Kann mich hier irgendwie abkürzen. Bitte, 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 bitte. Ja, super. Gut. Mann, war das einfach. Schreit in die Verfolgung. Bestätigen. Die A35 haben den Wagenzeit sicher nicht. Ähm. Wow, wow. Ach so. Au. Alter, Vater, ey. Und ist das Ziel? Ich schreit euch an, blöden Kill-Switch. Geben sie auf. Sie geben auf. Yes. 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 Hier, Linken 30. Ich habe keinen Sichtkontakt mehr. Wir haben einen Sichtkontakt mehr zu Zielversorgung. Mein Gott, ey. Er schwimmt mir das Herz aus dem Bus. Ich habe keinen Sinn. Oh Gott, oh Gott. 130, ey. Ach du Sch... Hi, Bankleister. Ist das Ding hinüber, ey. Aus die anderen Autos habe ich heile heimgebracht. Entkommen. Sechs Minuten vier, ey. Die Verfolgungsjagd, die werden immer länger. Ist ja der Wahnsinn. Naja, gut. Wir haben es geschafft. Das ist doch die Hauptsache. Ein cooles Auto. Ein echter Klassiker. Jo. Jetzt ist es auch wieder heile. Sehr schön. Wenn ich vorne noch die Grafik auf der Motorhaube nachtelde. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Schick schaut es aus. Na gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch ein Like da. Und ansonsten denkt immer dran, nächste Woche gibt es das neue Auto. Also am besten ganz schnell abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Ich sollte in der Regel eigentlich auch immer mit dir einer der Ersten sein, der das online hat. Also ich habe bis jetzt noch keinen gefunden heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video nächste Woche Dienstag. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald.